TV Roosbach at Home. Das Sportangebot für zu Hause und unterwegs. Ihr könnt nicht zu uns, also kommen wir zu euch. Viel Spaß! Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unseren kleinen Duellen und Wettkämpfen. Heute haben wir für euch wieder was Neues mitgebracht. Aber dafür brauchen wir noch irgendwas, oder? Ich glaube auch. Was denn? Ich weiß nicht. Irgendwas wie Toilettenpapierrollen, Klorollen oder Küchenrolle. Irgendwie sowas. Aber da müssen wir jetzt einfach einkaufen fahren. Ja, wir gehen mal auf die Suche, oder? Ja, wir gehen mal auf die Suche. Wir gucken mal, ob wir was finden. Ah, liebe Kinder. Ich glaube, ich weiß, wo wir was finden. Oh, da sind die Herren. Hm, egal. Lukas, ich brauche das Klopapier. Ach man, dann nimm es doch. Man kann doch nicht mal in Ruhe auf Toilette sitzen. Ja, bitte. Kann man auch nicht. Auf Wiedersehen. Mann, mach die Tür wieder zu. Ja, mach ich auch. So, jetzt geht's weiter. Ich habe Klopapier gefunden. Ich habe dem Lukas welches abgeknüpft. Aber jetzt muss ich wieder warten auf den Lukas. Ey, immer diese Warterei. Schrecklich. Man, 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 da kann man doch nicht mal in Ruhe auf Toilette sitzen. Ja, Mann, die Kinder warten doch, Lukas. Ja, Mann. So, psch, okay. So, sollen wir jetzt mal erklären, was wir eigentlich hiermit vorhaben? Besser ist, ne? Das kennt ihr ja bestimmt alle. Toilettenpapier. Habt ihr mit Sicherheit zu Hause momentan ganz, ganz viel von. Wir machen heute einen kleinen Wettlauf. Und zwar müsst ihr das Toilettenpapier auf dem Kopf balancieren und es darf nicht runterfallen. Dafür sucht ihr euch irgendeine Strecke aus mit einem Start und mit einem Ziel und dann probiert ihr es aus. Wir probieren es auch. Auf geht's. Ja, alles klar. So, bist du fertig? Fast, ja. Jetzt? Nee, warte. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Wir hätten jetzt hier gewonnen. Ich nicht. Ach, wir laufen noch zurück. Das hast du mir nicht gesagt. Ja, wir laufen noch zurück. Klar. Toll. Verloren. So, wem das Ganze natürlich zu einfach ist, der kann auch einfach eine Küchenrolle nehmen. Mal gucken, wie leicht das ist. Kannst du das mal betacheln? Natürlich. Dankeschön. Mal gucken, ob ich das auch kann. Ach, das ist bestimmt die Frisur heute, die gut hält. Der Lukas ist so unfair. Der schummelt immer. Also, wenn ihr es ein bisschen schwerer haben wollt, könnt ihr einfach auch so eine Küchenrolle nehmen. Wir hoffen, ihr hattet heute wieder ganz viel Spaß und habt es natürlich auch wieder ausprobiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Wedgekämpfe mit Jasmin und Lukas. Tschüss. Tschüss. Tschüss.